Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Vorschlägen. Mir wurde ans Herz gelegt, dass ich doch mal auf den Adventskalender Nummer 15 reagieren soll. Und das werde ich natürlich auch tun und ich hoffe ihr hattet bis jetzt ein schönes Wochenende. Auch wenn das Wochenende sehr, 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 sehr kalt ist. Es ist übelst geil, in der Woche war es mega warm, wirklich mega warm. Aber am Wochenende, wenn man was machen könnte, gut kann man jetzt nicht, aber wenn man was machen könnte, ist scheiße galt man. Versteht das mal einer, irgendjemand hier, nee. Können wir nicht einfach das Wochenende immer auf wärmere Tage verschieben, immer wenn es warm ist, ist Wochenende. Das wäre doch was, das wäre doch was. Ich könnte Politiker werden, dumm reden und nix sagen. Hallo ich bin neu hier. Hallo ich bin neu hier. Weil euch letztes Jahr meine YouTube Kacke Synchron so gut gefallen hat, mache ich dieses Jahr einfach noch eine. Ich wünsche euch einen viel Spaß. Junge hier erfährt man sogar mal was. Warum ist das doch schon da nicht so gewesen? Stundreichste Ehrenmann. Lalalalalala. Party. Ich will hier in Ruhe ficken, Alter. Ich will hier in Ruhe ficken, Alter. Ich will hier in Ruhe ficken, Alter. Party. So was müssen wir das mehr geben, Alter. Ich fang nie ab. Ja, okay, dann mache ich halt was vernünftiges. Kostenlos, das hört sich interessant an. Ich scheiße auf euch alle, ihr Brexpennel. Oh, Alter. Das ist immer übelst geil, ne. Sobald irgendwie so ein kleiner Ausschnitt mit Drachenloh dabei ist, das ist so geil. Verdammt, Alter, Alter. Stell dir vor, das würde jeder machen. Das Ebo-Kind ist asozial. Jeder ist gesprungen, ist asozial. Ich bin die Mutter des Herrn Varagas. Bitte lassen Sie uns ins Leben. Now with the rising sun. Oh, Alter. Alter. Ich binain erinnern, das ist es mir hat, das ist mir hat. Ich bin ich jetzt etwas Angst. Oh, scheiße. Drake? Was? Wo ist das Türloch? Hey, Junge, stell dir vor, das würde jeder machen. Alter, wie geil ist denn die YouTube-Kacke? Oh, scheiße. Hey, Junge, stell dir vor, das würde jeder machen. Das ist mein Message zu dir. Sing it, don't worry. Hey, Junge, stell dir vor, das würde jeder machen. Du Huren-Ton! Skurl, skurl, in deinem Audi, skurl, skurl, immer... Oh, schön, 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 das neue Lied von Drachenlord mit eingebaut. Und der Stock. Die Waffe von Drachenlord. Ja, der legendäre Stock von Drachenlord, ich glaube sogar, es gibt sogar ein Video, da wurde der mal, ähm, von Heter geklaut oder sowas. Ne, ich weiß gar nicht... Das ist eigentlich gar nicht witzig, aber eigentlich schon, ey. Martin Floor ist asozial. Du beide sind scheiße! Ich will feiern sie! Zerfort! Bringt sie mir, fegelei! Stell dir vor, das würde jeder machen. Das war ein Befall! Feigelei! 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 Fieeeeee! Jeder hält sich für einen Kritiker. Oh, scheiße. Eheheh. 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 Die Stellen mit Drangelot, die haben mich wirklich extrem gekillt. Eheheh. Mit der Kuh. Das ist bescheuert. Eheheh. 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 Eheheh.